Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema and Will aus Liebe zum Film. Hoch die Ende, Wochenende, Zeit mal wieder für ein paar Vorbesteller-Tipps. Heute am 1. Mai, langes Wochenende, dank Feiertag und ich hoffe, ihr genießt es, auch wenn nicht so tolles Wetter angesagt ist. Aber falls ihr nichts Besseres zu tun habt, könnt ihr heute Abend zum Beispiel auf meinem Kanal vorbeischauen. Da findet ab 19 Uhr ein Livestream statt, Cinema and Will and Friends vs. Community, soll so ein erster Testlauf sein. Ich mag ein paar weitere Quiz-Livestreams starten, abseits von dem Movie Warriors und einfach mit euch eine schöne Zeit verbringen. Und dazu soll der heutige Abend dann ein bisschen dienen, damit wir uns ein bisschen reinfinden. Ein ganz lockerer Runde, ab 19 Uhr geht es los und falls ihr da Bock drauf habt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Tjo, wir schauen jetzt erstmal zur Weed Collection. Weed mit T am Ende, nicht zu verwechseln mit Weed. Ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Da wurde nämlich eine richtig geile Edition angekündigt und zwar von Monster Hunter mit Mila Jovovic. Wir haben einen One-Click, wir haben einen Lentikular-Slip und dann auch einen Full-Slip. Klicken wir mal hier auf den Full-Slip drauf. Der sieht nämlich richtig klasse aus, gefällt mir sehr gut, macht richtig was her. Das Steelbook ist so lala, entspricht eher weniger meinem Geschmack. Dann haben wir noch ein paar Art-Cards und dann auch noch eine Numbering-Card. Jo, zum Film. Ja, ich bin mal gespannt, was uns hier erwarten wird. Wir haben unter anderem Paul W.S. Anderson, dürfte uns ja allen bekannt sein. Mila Jovovic, im Allgemeinen erinnert der Film schon ein bisschen so an Resident Evil. Geht so in die Richtung, nur wird die Reihe halt ohne ihr fortgeführt. Sie hat aber Bock, noch ein paar Filme zu drehen. Also, warum nicht? Ich bin definitiv gespannt. Ab 25.05.2021 gibt es diese Sache hier zu bestellen. Machen wir weiter mit Basic Instinct. Da wurde bei Zavi eine coole Edition angekündigt. Und zwar 4K Ultra HD. Slip-Cover plus Art-Cards plus Poster plus Booklet. Und diversen Bonus-Discs, wie wir hier sehen können. Das Ganze erscheint dann ab dem 14. Juni für 46,99 und erinnert stark an diese normale Blu-ray-Edition, die bei uns in Deutschland angekündigt wurde. Zumindest vom Cover her. Allerdings haben wir weder 4K, noch ein Poster, noch Art-Cards, noch Booklet dazu. Dafür ist es vom Preis her recht angenehm. 15,59 und ich denke mal, für alle Interessenten des Films doch schon etwas ansprechend. Wer etwas mehr möchte, greift dann natürlich zum 4K Ultra HD. Steelbook 37,99 werden hier fällig ebenfalls ab dem 17. Juni. Machen wir weiter mit Zavi. Hier wurde unter anderem noch Smokey and the Bandit angekündigt. Zavi 4K Ultra HD Steelbook. Gucken wir mal runter auf die Tonspuren. Wir haben Englisch, Französisch, Lateinamerikanisch, Spanisch dran stehen. Also nichts mit deutschem Ton. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja auch nach Italien, Frankreich oder Spanien. Ist ja in letzter Zeit vermehrt der Fall. Und deswegen lohnt es sich dann immer bei Zavi vorbeizugucken, weil das immer so die Vorreiter sind. Dann weiß man ungefähr, was uns eventuell auch hier in den anderen europäischen Ländern erwarten wird. Oder man hofft zumindest auch ein bisschen drauf. Vom Steelbook her ist es jetzt okay. Sieht vorne auch nicht ultra scharf aus. Die Rückseite gefällt mir dagegen etwas besser. Hier haben wir dann noch den Innenprint. Der ist auch ganz schön gestaltet. Und wie gesagt, die Rückseite hätte man auch ruhig auf die Front setzen können. Das Ganze tiefenprägen. Wow! Wie geil wäre das gewesen? Aber gut, das Leben ist halt kein Wunschkonzert. Machen wir weiter mit Pretty in Pink. Die habe ich euch schon mal gezeigt. Warum sage ich die? Ich meine, die beiden Steelbooks, Some Kind of Wonderful, ist sie nicht wunderbar und Pretty in Pink? Ihr wisst es vielleicht noch bei Best Buy. Jetzt findet es den Weg nach Europa zu Zavi. Und wer weiß, vielleicht geht es ja dann weiter. Deswegen sage ich ja, lohnt es sich immer über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und auch mal in englischsprachige Videos und Foren reinzugucken. Hätte ich das nie gemacht. Und auch sonstiges wäre mir diverse Editionen entgangen, wie zum Beispiel Harry Potter von Future Shop oder sonstiges. Aber gut, es gibt immer noch Leute, die das halt nicht mögen. Ja, machen wir einfach mal weiter mit Pretty in Pink. Wir haben hier eben dieses schicke Steelbook. Ist eigentlich ganz okay. Ist so eine Art Pop Art, möchte ich mal sagen. Hier haben wir noch den Innenprint. Ja, kann man durchaus mal machen. Warum nicht? Und die Rückseite ist jetzt okay. Wäre zum Motiv auch nicht schlecht gewesen. Aber immerhin. Was haben wir denn hier an Tonspuren? Oh, siehe da, Untertitel. Und wir wissen alle, keine Ahnung, warum Zavi da keine anderen Sprachen zeigt, sondern immer auf Untertitel geht. Aber sobald Untertitel da dran stehen, entspricht das meistens den Tonspuren. Und da dürfte deutscher Ton mit am Start sein. 23, 49, 21. Juni. Ja, das fällt noch vor den 1. Juli ab. Dem Datum wird ja ab jeden Cent ein vor Umsatzsteuer und Abgaben fällig. Ist sie nicht wunderbar? Haben wir dann hier noch. Können wir auch kurz drauf gucken. Ja, Innenprint sieht auch ganz entsprechend gut aus. Und hier haben wir dann das Backmotiv. Ist in Ordnung. 23, 49, auch 21. Juni. Und Start ist dann hier ebenfalls mit deutscher Tonspur, wie wir sehen können. Also Untertitel steht dran. Aber man darf davon ausgehen, natürlich ohne Gewehr, dass deutscher Ton mit an Bord ist. Außerdem haben wir dann hier noch einen neueren Film angekündigt. Chaos Walking oder Chaos Walking Limited Edition 4K Ultra HD 31. Mai. Also Ende des Monats 35, 49. Und da wird es dann schon interessant. Vielleicht erkennen ein paar Filmfans von euch hier die junge Dame. Und auch den jungen Mann auf dem Backcover. Hier haben wir noch einen schönen Innenprint. Es geht hier um einen Science-Fiction-Film, wo in der Zukunft spielt und die meisten Frauen irgendwie weg sind. Nur noch ein paar überlebende Männer sind da und die werden aber von einem Geräusch geplagt. Plötzlich taucht sie wieder auf. Natürlich wollen sich alle Männer auf sie stürzen. Aber unser Hauptprotagonist möchte sie beschützen und bewahren. Wir haben unter anderem Tom Holland. Korrekt, wer das richtig geraten hat. Daisy Ridley. Und wir haben so Mats McKelsen hier, wie wir lesen können, mit am Start. Es gibt auch einen sehr interessanten Trailer. Den verlinke ich euch ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Und ja, das klingt nach einem echt interessanten Film. Machen wir weiter mit X-Men. Und zwar gibt es hier dann diverse Steelbooks, die auch zuerst bei Zavi angekündigt wurden als Lentikular-Steelbooks. Exklusive Lentikular-Steelbooks gibt es jetzt bei Amazon Espanien zu bestellen. Was natürlich den Vorteil hat, dass wir keine Einfuhrumsatzsteuern mehr zahlen müssen und auch nicht zum Zollrennen müssen, wenn er das Ganze abfängt. Ja, das passiert aus Spanien eben nicht. Wir haben 32,95 Euro plus 4,09 Euro versandt, die hier fällig werden. Dann gucken wir mal hier auf die Tonspuren. Und da sehen wir, deutsche Tonspur ist am Start. Also Untertitel hier. Und hier eben die Tonspur 5.1. Da haben wir dann sowohl X-Men als auch Logan am Start. Gucken auch hier auf die Tonspuren. Auch hier ist deutscher Ton mit am Start. Geile Geschichte. Dann haben wir unter anderem auch noch Deadpool. Jetzt wird es mega interessant. Ja, 32,95 Euro, 4K Ultra HD. Juhu. Und Lentikular, wie hier oben steht. Also, geile Geschichte. Tonspuren, gucken wir runter. Und wie schaut es aus? Deutsch ist mit an Bord. Und genauso verhält es sich beim zweiten Teil auch. Das wurde angekündigt in Spanien. Und zwar mit Lentikular-Cover und mit deutscher Tonspur, wie wir hier lesen können. Da habe ich mir echt die Hände gerieben und dann fiel mir ein Mensch. Du Schlaumeier, du hast das doch schon bestellt. Und zwar bei CD vor ein paar Monaten. Da wurde die französische Edition angekündigt für den 17.06. Was hat man denn hier als Datum? Der 9.06. Hier haben wir auch den Hinweis, dass es sich ebenfalls um eine Lentikular-Edition handelt. Der Hinweis fehlte nämlich bisher. Und das wusste ich. Und da wusste ich, ja, okay, Stierburg 23, 49, aber hey, 4K und so. Also, geile Geschichte, wenn jetzt Lentikular fehlt, mein Gott. Aber hier wurde Lentikular nachgetragen. Und wenn man hier lesen kann, steht zwar nur Englisch und Französisch hier drauf. Guckt man dann aber auf dieses Stierburg hier, also selbe Stierburg, 4K, und guckt auf die Tonspuren, haben wir eben, wo sind wir denn? Deutsch, Französisch, Italienisch und natürlich Englisch am Start. Also, es kann durchaus sein, liegt jetzt nicht ganz fern ab, dass hier eben zusätzlich noch deutscher Ton an Bord ist, auch wenn es hier gar nicht draufsteht. Vergleicht man mal die Disc und die Sprachen untereinander. Und ja, genauso verhält es sich eben mit dem zweiten Teil. Also, wer Bock hat, 23, 49, keine schlechte Sache. Und kommt eben noch ab den 17.06. raus, eben vor den 1. Juli. Von daher dürften wir da noch Glück haben. Und es rutscht noch unter die Freibetragsgrenze, die eigentlich bei 22 Euro liegt. Aber da gibt es ja immer so einen Spielraum von 5 Euro. Und wenn der Zoll einen guten Tag hat, dann flutscht es auch so durch, ohne dass man da mehr zahlen muss oder zum Zoll latschen muss. Das heutige Video wird nochmal extra unterstützt von den Kanalmitgliedern Marvin Miltkau, MovieLoo, Jackie Strange, Special Freak, Der Filmflow, Stanlis Filmzimmer, Jürgen B. und Ronny Kaiser. Kommen wir zum nächsten angekündigten Mediabook. Und das ist natürlich wieder Sprengstoff für einige Leute gewesen, wo ich mich aber frage, wieso? Was ist denn los? Ja, von Voodoo wurden neue Mediabooks angekündigt. Cover A und Cover B bei Pritz Media hier noch im Sortiment, aber nicht mehr bestellbar. War halt ruckzuck ausverkauft, wie auch die letzten anderen Nameless-Media-Books jetzt eben von XT-Video. Gibt es alternative Cover-Varianten, wattiert, limitiert auf 666 Exemplare. Der heilige Gral ist ja für viele eben das Voodoo-Media-Book, die Erstauflage. Und da sind wir ja beim Thema Erstauflagen, verlieren nicht am Wert. Egal, ob es sich um ein Buch, ein Mediabuch, ein Film, Comics oder Sonstiges haltet. Also jeder Sammler, der Wert auf sowas legt, der guckt halt auf die Erstauflagen. Und da kann man noch 1.000 Neuauflagen bringen. Das mindert ja nicht den Wert des anderen Mediabooks oder Artikels. Davon gibt es ja jetzt auch nicht mehr irgendwie. Also da frage ich mich schon, guckt man mal zum Beispiel auf Halloween Age 20, die Neuauflage, im Leben nicht so viel wert wie die Erstauflage. Halloween von Rob Zombie, die Neuauflagen, die waren sowieso Schrott und dann kam ja was von demnächst raus. Ebenfalls nicht so gefragt, nicht so begehrt, wie eben die Erstauflagen. John Rambo, das hässlichste Stiebock auf der Welt, was es gibt von Amazon exklusiv. Immer noch der heilige Gral, obwohl es einen blauen Balken hat, obwohl es aufgedruckte Credits hat, obwohl es keinen In-In-Print hat. Aber das interessiert die Hardcore-Sammler nicht, denn es ist so streng limitiert und kaum noch zu finden, dass es für sie das wert ist. Und das ändern auch nicht irgendwelche Neuauflagen. Es gibt von John Rambo Stiebocks en masse, egal ob aus England, Japan oder Sonstiges. Wieso soll jetzt das weniger wert sein? Ein Stiebock, Mediabook, Comicbook oder Sonstiges ist natürlich immer nur so viel wert, wie jemand anderes dafür bereit ist zu zahlen. Aber es gibt Sammler, die wollen eben die Erstauflage, die interessiert auch nur die Erstauflage und von denen wird es halt immer weniger mit der Zeit, weil Leute ja auch hier die Sachen weggeben, verhunzen, kaputt machen und Sonstiges. Und da gibt es dann immer weniger und weniger und weniger und deswegen steigt es auch im Wert, im Wert, im Wert, im Wert. Da haben Neuauflagen eigentlich nichts damit zu tun. Denn guckt man mal hier auf Dragonheart zum Beispiel, zuletzt erschienen von Turbine Medien im exklusiven Müller Media Book. Ein sehr tolles Cover, eine Lederoptik, absolut hochwertig verarbeitet, eingenähtes Booklet, 60 Seiten, HD-remastertes Bild, besten Sound, verteilt auf zwei Discs. Was willst du mehr für 22,95 Euro auch? Warum ist das nicht der heilige Gral? Man weiß es eben nicht, man steckt nicht drin, aber man darf nicht immer von sich selber ausgehen. Das habe ich mit der Zeit gelernt. Die Geschmäcker sind verschieden, auch wenn du mit den besten Argumenten kommst. Manchmal kann man etwas nicht nachvollziehen, aber so sind die Dinge eben. Also für mich das hier zehnmal Mehrwert, aber für andere eben nicht. Und deswegen denke ich mal, dass Voodoo die Erstauflage hier nichts an Wert großartig verliert. Im Gegenteil, es gibt hier zwar ein paar Alternativen, aber das Original, die Erstauflage, bleibt für immer gefragt. Warum? Habe ich euch jetzt hoffentlich ausgiebig erklärt. So, weiter geht es dann aber mit Turbine Medien. Und zwar wurden hier von der Wichser ein paar neue Mediabox angekündigt. 24,95 Euro und natürlich auch vom zweiten Teil. Neues vom Wichser 24,95 ab dem siebten Mal. Also eigentlich schon nächste Woche, wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist ja mal eine spontane Ankündigung. War zwar schon vorher klar, aber wann die jetzt released werden und wie das alles dann aussieht, war jetzt noch nicht hier so öffentlich. Finde ich gut, dass man sich dazu entschieden hat, hier auch mal Bilder von den Discs reinzulegen und auch vom Booklet. Ja, Rückseite wäre vielleicht noch interessant gewesen. Mir persönlich sagen jetzt die Vorderseiten nicht zu, aber da sind ja die Geschmäcker verschieden. Und von daher wird das definitiv seine Freunde finden. Ich habe diese Komplettbox, Ultimate Edition von beiden Teilen und reicht mir völlig aus. Weiter geht es mit Valerian, die Stadt der tausend Planeten. 4K Ultra HD plus Blu-ray Cover A. 33,33 Euro. Was für eine geile Schnapszahl. Wieder mal Media Dealer exklusiv. herausgebracht oder herausbringen tut das ganze Hansi Sound ab den 30.06.2021 wie eben schon Dread und auch Ruhet in Frieden. Hier haben wir wieder drei verschiedene Cover-Varianten. Das dürfte das Standard-Motiv gewesen sein. Und hier gucken wir mal ein bisschen genauer drauf. Sieht ganz schick aus. Ist jetzt nicht unbedingt mein Fall, aber okay. Also Interessenten wird es da definitiv geben. Dann haben wir die zweite Cover-Variante. Die finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Weißt du, da schlagen einige wieder mit den Händen. Wie kannst du da sagen, schlecht und da nicht? Ha, merkt der was? Merkt der was? Ja, genau so ist es. Und dann haben wir hier die Standard-Variante, wobei das eigentlich noch fast am coolsten aussieht, meiner Meinung nach. Also die Geschmäcker sind verschieden. Für jeden Geschmack ist was dabei. Wie gesagt, ab 30.06.2021 hier bei Media Dealer zu vorbestellen. Machen wir weiter mit El Narko und klicken mal hier drauf. Willkommen in der Drogenhölle Extended Cut. Wow, ob man so einen Film unbedingt haben muss oder nicht. Deutsch und Spanisch steht hier drauf. Ab dem 25.06.2029. Jeder von euch kann eine Inhaltsangabe lesen. Und wer möchte, klickt einfach unten auf den Link jetzt oben drauf. Dann passt. Genauso sieht es aus wie bei Projekt Rainfall. Rainfall liest sich ein bisschen so wie Projekt Rainfall. Hier dieser Predator-Verschnitt. Ich muss so lachen. Heiligsblechle. Echt jetzt? Echt jetzt? Wow. Unfassbar. 29.99 ab den 23.07.2021. Weiter geht es mit The Clone. Hier wird die Emasia-Reihe weitergeführt. Es sind ja echt geil gezeichnete Cover und alles. Die Filme entsprechen meistens nicht unbedingt meinen Geschmack. Es gibt die ein oder andere Perle dabei, aber auch die ein oder andere Gurke. Jedenfalls geht es hier weiter. Und zwar setzt neue Messlatte für künftige Blockbuster. Also gut. Halt. Weg. Und weiter geht es mit The Marksman, der Scharfschütze. Ein neuer Film mit Liam Neeson ab 20.08.21. Der Titel sagt schon alles. Wer Bock auf mehr hat, guckt sich mal hier den Trailer an. Den verlinke ich euch selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Muss sagen. Ja, okay. Sieht ganz okay aus. Auch wenn Liam Neeson, wenn er hier in der Prärie als Scharfschütze fungiert, ja, doch irgendwie meistens dieselben Rollen spielt. So, dann haben wir noch The Movies, Geschichte Hollywoods. Das ist ja so eine Dokumentation. Und geht, glaube ich, so acht Stunden oder so auf mehreren Teilen. 540 Minuten. Also da braucht man definitiv etwas Sitzfleisch. Man hat hier die Blu-ray-Fassung. Es gibt auch die DVD-Fassung für 16.99, 17.99. Ab dem 4.6. wird es da fällig. Gibt es auch bei Amazon zu bestellen. Gibt schon eine Ein-Sterne-Bewertung mit, eine Sterne-Bewertung mit zwei Sternen. Und das ist jetzt mal nicht so eine verhunzte Bewertung, wie man sonst immer zu lesen hat. Also hier wird schon argumentativ einiges herausgeholt. Und für Interessenten, denke ich mal, bestimmt lesenswert. Also guckt mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr dann die Links dazu. Jo, meine lieben Filmfreunde. Das soll es dann mit dem heutigen Video gewesen sein. Wie gesagt, falls ihr Bock habt, heute Abend können wir uns wiedersehen bei einer gemütlichen Quizrunde ab 19 Uhr. Ansonsten wünsche ich ein schönes, langes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Auf bald. Und Servus. Und Servus.